Neuer rotes Talk Staffel. Noch weniger hatte Konzept, noch weniger geplant. Ich habe keine Ahnung, was ich in dieser Staffel machen werde. Ich bin ganz spontan. Das war zum Beispiel nicht geplant. Passt auf, es kommt. Ich bin Helmut. Aber passt auf, es wird doch witziger. Was ich alles im Schrank habe. Was? Wo mein Schürf ist? Fragt ihr. Achso, nee. Das hatte ich jetzt, weil es in den letzten Tagen ziemlich heiß war. Und weil es so groß ist, habe ich es einfach so gemacht. Und es ist jetzt voll geschwitzt. Und deshalb habe ich das in die Wäsche gepackt. Und deshalb ist das Shirt nicht hier. Also, falls ihr fragt. Falls ihr weitere Fragen habt, irgendwas, schreibt sie in die Kommentare. Herr Rotes Talk, dritte Staffel wird noch ungeplanter, noch beschissener.